Hallo ihr Lieben, sorry mal wieder für die bekloppte Ausleuchtung, aber ich bin extrem faul. Es ist spät abends und bevor ich gar nichts mache, weil die Qualität so schlecht ist, mache ich es lieber so. Es geht um Feierabend. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel Paul Feierabend mal wieder gelesen. Ich muss sagen, früher hat mich das nicht so ganz gekickt. Ich habe die Bücher immer wieder hergenommen und was mich noch am meisten, wie soll man sagen, inspiriert hat, waren die Briefe an einen Freund. Vielleicht auch noch die Biografie mit dem unübertrefflichen Titel Zeitverschwendung. Also wenn man was von Feierabend liest, dann wäre das meine Empfehlung. Briefe an einen Freund und Zeitverschwendung von Feierabend. Allein die Kombi ist schon wirklich schwer zu toppen. Jetzt habe ich mir aber ein bisschen mehr Zeit gegeben und finde den jetzt doch auf meine alten Tage gar nicht so schlecht, den Feierabend. Besonders gefällt mir, dass er ähnlich wie der Rorty einfach die Demokratie setzt und sagt, die Wissenschaft soll sich mal schön ins zweite Glied einreihen. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Man kriegt es, finde ich, bei Feierabend auch in einer ein bisschen erdigeren Form. Also die unterschiedlichen Herkünfte der beiden von Richard Rorty und Paul Feierabend, das ist schon spürbar. Die sagen nicht ganz unähnliche Dinge, aber der Feierabend sagt es auf eine für mich sympathischere Weise. So ein bisschen, ja, weniger abgefahren, sage ich jetzt einfach mal. Und ich lese den Aufsatz, der sich da am direktesten mit befasst. Der hat den Titel, sind die Wissenschaften, Forschungsinstitutionen oder politische Parteien? Den lese ich jetzt und kommentiere den. Da kommt das Wort Demokratie erstmal nicht vor, aber im Kern geht es in diesem Aufsatz um Demokratie und um Zurückweisung von Herrschaftsansprüchen von Wissenschaft. Und das mag ein bisschen heutzutage outdated sein oder nicht so ganz aktuell daherkommen, weil man manchmal den Eindruck haben kann, Wissenschaft bräuchte doch sehr viel mehr Einfluss auf die Politik, als sie derzeit hat. Und im Zeitpunkt davon Fake News sollte man doch alles andere tun, als Wissenschaftsbashing zu machen. Aber für mich ist das die andere Seite der Medaille. Also warum wir überhaupt das Problem haben, dass Wissenschaft so wenig Einfluss hat auf Politik, liegt daran, dass wir Institutionen haben, die nicht demokratisch sind. Und in nicht demokratischen Institutionen haben tatsächlich paradoxerweise Wissenschaften nicht ganz so viel Einfluss auf Politik. Das heißt, man kriegt eigentlich beides zusammen. Man kriegt also guten wissenschaftlichen Einfluss auf Politik genau durch mehr Demokratie. Das erschließt sich vielleicht nicht auf den ersten Blick. Aber wenn man vergleicht das Institutionensetting, das wir derzeit haben, mit eben einem demokratischeren Institutionensetting, dann sieht man das sehr deutlich. Paradoxerweise ist halt Bildung und Wissenschaft lange Zeit eben ein Herrschaftsinstrument gewesen, so wie es von Platon ja auch mal erdacht wurde mit seiner Akademiegründung. Das hat sich einfach langfristig ausgewirkt und führte dazu, dass eigentlich immer die Akademiker auf der Seite der Mächtigen waren. Und Demokratie ist einfach eine Umgangsform, wo man Macht mit Macht anders umgeht, wo man Macht gleicher verteilt mit Vorsatz oder sagen wir mal kategorisch gleich verteilt. Und dann muss natürlich die Wissenschaft ins zweite Glied zurückrücken. Also Wissenschaft ist natürlich nichts Schlechtes. Wissenschaft ist wunderbar. Wissenschaft ist extrem nützlich im Idealfall. Aber Wissenschaftler zu sozusagen Metapolitikern zu machen oder Wissenschaftlern zu so Großvisieren zu machen, zu den eigentlichen Strippenziehern und Herrschern, das ist halt eine schlechte Idee. Und das ist vielleicht jemand noch ein bisschen präsenter, der halt in den Platon ein bisschen zu tief reingeguckt hat oder vielleicht auch jemanden, der zum Beispiel einen, wie ich das habe, einen orthodoxen Popperianer in seiner Verwandtschaft hat. Und wenn man das mal erlebt hat, was das heißt, also wie dann Wissenschaft verabsolutiert wird und also auch die ganze, wie soll man sagen, Unmenschlichkeit, die Wissenschaft manchmal auch an sich haben kann, also so überhaupt gar nicht wahrgenommen wird und gar nicht gewürdigt wird. Also wenn man das erlebt hat, was auch der Feierabend erlebt hat, weil er eben in seinen jüngeren Jahren sehr viel mit Popper zu tun hatte und daraus dann eben seine, wenn man das überhaupt so nennen will, philosophische Position entwickelt hat, was er später auch sehr bereut hat, dass er das überhaupt gemacht hat, auch das hochsympathisch, der Mann, der Feierabend. Also wenn man das alles erlebt hat, dann wird man sehen, dass es ein Problem gibt mit der Wissenschaft, wenn sie politisch wird und dass man das also sehr klug bauen muss und nicht da unvorsichtig werden darf. Jetzt also der Aufsatz in diesem wunderschönen Band, Wissenschaft als Kunst, so heißt der, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, wahrscheinlich nicht, so, ja, aber immer noch Spiegelschritt, Wissenschaft als Kunst. Und das ist der letzte Aufsatz, das ist so eine lose Aufsatzsammlung, die lose, was miteinander zu tun hat und das sechste Kapitel heißt eben, sind die Wissenschaften Forschungsinstitutionen oder politische Parteien. These steht hier. Ich finde das wunderbar. Also ich finde das wunderbar gesagt und das hört man halt nicht so oft, diese Position oder diese Ansicht. Jetzt gibt es so eine eingeklammerte Eins, was auch immer das heißt. Eins. Allgemeine Diskussionen der Wissenschaften, ihrer Natur, ihrer Folgen, ihrer Rollen in der Gesellschaft drehen sich gewöhnlich um die beiden folgenden Fragen. A. Was ist Wissenschaft oder etwas weniger steif? Wie gehen die Wissenschaften vor? Was machen die so? Und was zeichnen sie aus? Und B. Wie wichtig sind die Wissenschaften? Das ist auch eine herrliche Frage, die selten gestellt wird. Zum Beispiel hing beim Prozess gegen den Kreationismus in Arkansas viel von der Frage ab, ob es sich beim Kreationismus um eine wissenschaftliche Disziplin handelt, die man also in den Schulen lehren kann, ohne die Trennung von Staat und Kirche zu verletzen. Man macht eine Fußnaht, sie fußnotisiert das Urteil des Bundesrichters für den District of Kansas gegen das Land of Kansas vom 5. Januar 1982 zur Gänze, publiziert in Science 1982 und so weiter. Und die Forderung, traditionelle Methoden der Diagnosis und Therapie in der Medizin wiederzubeleben, entstand, weil einige Leute glauben, dass die Wissenschaften zwar in der Physik und der Astronomie sehr erfolgreich gewesen sind, dass ihre Erfolge in der Medizin und der Psychologie aber alles andere sind als eine sichere Sache. Auch das kann man heutzutage für heitel halten im Zeitalter von Alternativmedizin, aber da wird halt wenig analysiert, warum überhaupt die Alternativmedizin so eine Attraktivität und so eine Verbreitung finden konnte. Das hat nämlich Gründe und die hat sehr viel damit zu tun, wie wir unser medizinisches System gebaut haben. Auch dazu gibt es ja mehrere Videos hier auf Notlos. Also wer das will, kann sich das gerne zusammensuchen. Ich bin alles andere als ein Fan der Alternativmedizin, aber trotzdem kann man ja mal die Gründe ganz nüchtern sich anschauen. Also die Gründe für die Verbreitung der Alternativmedizin. Was treibt denn die Leute in die Arme der Alternativmedizin, wenn man einfach mal unterstellt, dass Menschen nicht blöd sind? Es scheint mir nun, dass die beiden Fragen bisher keine befriedigende Antwort erhalten haben, schreibt jetzt Feierabend. Gesetzliche Entscheidungen, die sich auf die Wissenschaften oder auf wissenschaftlich beeinflusste Prozesse beziehen, beruhen auf Gerüchten, nicht auf wohlüberlegten Argumenten. Aber wie sieht eine zufriedene Antwort auf die Fragen A und B aus? Also nochmal die Fragen, was ist Wissenschaft, beziehungsweise wie gehen die Wissenschaften vor, ist Frage A und wie wichtig sind die Wissenschaften, ist Frage B. Und wie kann man also jetzt Antworten auf diese Fragen überhaupt erhalten? Eingeklammert zwei. Die Frage A, also was ist Wissenschaft, nimmt an, dass alle wissenschaftlichen Disziplinen in allen Stadien ihrer Geschichte gewisse Züge gemeinsam haben und dass man diese Züge aufzeigen, beschreiben und verstehen kann, ohne die komplexe Praxis zu verstehen, der sie angehören. Die Annahme setzt voraus, dass Wissenschaftler, die ja die Tendenz haben, alles zu kritisieren und zu verändern, doch gewisse Dinge unberührt lassen und das sind eben die Dinge, die ihre Verfahren in Anführungszeichen wissenschaftlich machen. Also irgendwas muss ja der Fixpunkt der Wissenschaft sein, den sie nicht antastet und von dem aus sie dann ein anderes kritisiert. Und was ist dann das jetzt? Die Annahme war plausibel, diese Annahme war plausibel in Zeiten, in denen große Teile der Wissenschaften eine einheitliche Basis postulierten und glaubten, sie in den Prinzipien gewisser, hervorragender Wissenschaften gefunden zu haben, wie etwa in den Prinzipien der Mechanik. Wissenschaftlich sein hieß dann eben, also damals hieß dann eben, den Prinzipien der Mechanik so genau wie nur möglich folgen. Heute ist die Annahme nicht mehr plausibel. Die Entwicklungen, die zur Relativitätstheorie und zur Quantentheorie geführt haben, haben nicht nur grundlegende Prinzipien wissenschaftlicher Methodik verletzt. Sie haben auch zu Theorien geführt, die scheinbar den Grundsätzen des vernünftigen Denkens selbst widersprechen. Zum Beispiel Grundsätzen wie etwa Trennung von Subjekt und Objekt, Kausalität, Gesetze der formalen Logik, mechanische Modelle und so weiter. Niemand kann nach so drastischen Veränderungen, also Feierabend spricht hier aus einem gewissen historischen Bewusstsein, also in einem wissenschaftshistorischen Bewusstsein. Niemand kann nach so drastischen Veränderungen voraussehen, dass die Zukunft, was die Zukunft bringen wird. Also das ist sehr ähnlich wie das, was wir bei Rotti finden. Wenn wir sehen, welche großen Veränderungen es gab, können wir uns ja irgendwie ausrechnen, dass es große Veränderungen geben wird, worin auch immer sie bestehen. Nur können wir halt nicht sagen, worin sie bestehen. Aber dass sie nicht eintreten werden, ist hochunwahrscheinlich. Also zumindest wenn wir extrapolieren, was bisher passiert ist in der Geschichte des Denkens, des Handelns, der menschlichen Praktiken und der Gesellschaft. Niemand kann nach so drastischen Veränderungen voraussehen, was die Zukunft bringen will. Es wäre da sehr unklug, wollte man noch einmal versuchen, wie damals, die Wissenschaften durch Aufstellung stabiler Randbedingungen der Forschung zu zähnen. Also hat ja damals schon nichts gebracht, warum sollen wir das jetzt also machen? Der Versuch ist nicht aussichtslos, aber wenn er gelingt, dann gelingt er als ein politisches Manöver und nicht, weil er dem Verfahren der Wissenschaften selbst entspricht. Also wir können hier von, der Rotti macht das wunderbar, dass er Wissenschaft, also revolutionäre Wissenschaft von nicht revolutionärer Wissenschaft unterscheidet, das macht der Feierabend hier nicht. Aber im Grunde denkt er das ziemlich genau das Gleiche. Die einzige vernünftige Antwort auf Frage A ist also eine historische Antwort. Das sind die Theorien, die wir heute haben. Das sind unsere Forschungsmethoden. Das sind die Gründe, warum wir sowohl die Theorie als auch die Methoden für gut halten. Aber neue Theorien und neue Methoden können uns jeden Augenblick überraschen. Auch das ist sehr, sehr nah an Rotti. Also dieses, das ist unsers und trotzdem mag es ein anderes geben, den wir uns nicht unbedingt in den Weg stellen wollen. Auch wenn wir das, was wir haben, vielleicht schätzen. Drittens. Einige der besten Wissenschaftler haben diese Ansicht von den Wissenschaften unterschrieben. Nach Ernst Mach, dort verweist er auf Ernst Mach Erkenntnis und Irrtum, Leipzig 1917, Seite 200. Also nach Ernst Mach können die Schablonen der formalen und der induktiven Logik dem Forscher nicht für nützen, denn die intellektuellen Situationen wiederholen sich nicht genau. Aber die Beispiele der großen Forscher sind sehr anregend. Zitat Ernst Mach Ende. Sie sind anregend nicht darum, weil sie gemeinsame Elemente enthalten, die der Forscher nur von ihnen abzulösen braucht, sondern weil sie ein vielfältiges und reiches Spielfeld sind für seine Vorstellungskraft. Der Forscher betritt dieses Spielfeld, entwickelt seine Vorstellungskraft, indem er sich in ihm umherbewegt. Er macht sie fügsam und einfallsreich und fähig, neue Situationen auf neue Weise zu behandeln. Es hat daher einen guten Sinn, wenn man sagt, dass Forschen können nicht gelehrt werden. Das auch wieder, glaube ich, Ernst Mach, ja. Die Wissenschaft ist kein Advokatenkunststück. Sie ist eine Kunst. Sie ist eine Kunst, deren bekannte Züge nur einen kleinen Teil ihrer Möglichkeiten enthüllen und deren Regeln es nie gestattet wird, dem menschlichen Einfallsreichtum und unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenzusetzen. Nach Einstein erlauben es die äußeren Bedingungen, die die Erfahrung dem Wissenschaftler stellt, ihm nicht, sich bei der Konstruktion seiner begrifflichen Welt zu sehr von seiner Vorliebe für ein epistemologisches System einschränken zu lassen. Dem systematischen Epistemologen muss er also wie ein skrupelloser Opportunist erscheinen. Das ist ein Zitat nach P.A. Schilp, Albert Einstein, Philosopher Scientist, E. Winston, 1951. Also, das ist jemand, der sich anscheinend mit Einstein auseinandergesetzt hat. Das ist kein Einsteinszitat selber. Ja, und jetzt kommt wieder ein weiteres Zitat von R.W. Clark. Ja, vielleicht habe ich die Sache begonnen, erklärt er im Feld über eine neue Methode in der Physik, aber ich hielt diese Ideen für temporär. Ich hätte nie gedacht, dass andere so viel ernster nehmen würden als ich. Das ist, glaube ich, auch ein wiedergegebenes Einstein-Zitat. Oder in scherzhafter Weise, ein guter Witz soll nicht zu oft wiederholt werden. Nils Bohr und William James, den Bohr sehr bewunderte, betonte den vorübergehenden Charakter wissenschaftlich Errungenschaften. Also, ich verweist da tatsächlich auf den philosophischen Pragmatismus, wenn er auf William James verweist, auf den sich auch Richard Rorty stürzt. Bohr gab daher eine historische Darstellung wissenschaftlicher Resultate. Für ihn waren sie die Durchgangsstadien einer langen und komplexen Entwicklung und er widersetzte sich allen zu präzisen Erklärungsversuchen, Sommerfeld von Neumann, axiomatische Feldtheorien. Solche Versuche hatten seiner Ansicht nach die Tendenz, große Teile der Wissenschaft zu stabilisieren und die Forschung zu behindern. Also, das ist, wenn Forschung dogmatisch wird und dadurch neue Forschungsergebnisse blockiert. Boltzmann wandte die Gesetze Darwins auf die Wissenschaften an und deutete die Gesetze der Logik auf ähnliche Weise als Teil eines modernen, aber deshalb noch immer vorübergehenden Stadiums einer Entwicklung, die schon im Augenblick seines Entstehens an seiner Veränderung arbeiten würde. Natürlich können wir in jedem Stadium nur jene Dinge verwenden, die wir besitzen, aber unser Besitz besteht aus etablierten Prinzipien Seite an Seite mit verrückten Ideen. Es gibt einfach keine identifizierbaren und dauernden Randbedingungen der Forschung. Viertens. Die eben beschriebene Situation hat offenkundige Folgen, schreibt jetzt Feierabend. Wenn die Wissenschaften offen sind für jede Veränderung, wenn Ansichten und Maßstäbe, die sich im Konflikt befinden mit einem bestimmten Stadium der Wissenschaften, dieses Stadium doch erreichen und sogar verändern können, dann kann eine wissenschaftliche Untersuchung neuartiger Vorschläge und alter Mythen nicht darin bestehen, dass man sie einfach mit diesem Stadium vergleicht und verwirft, wenn sie nicht zu ihm passen. Es muss dann den Mythen und den Vorschlägen gestattet sein, Teile der Wissenschaften zu werden und ihre Entwicklung zu beeinflussen. Es nützt nichts, wenn man darauf besteht, dass sie keine empirische Unterstützung haben oder dass sie inkohärent sind oder dass sie grundlegenden Tatsachen widersprechen. Einige der schönsten modernen Theorien waren einst inkohärent, ohne empirische Grundlage und standen im Widerspruch zu wichtigen Tatsachen der Periode, in der sie zuerst vorgeschlagen wurden. Beispiele finden sich in meinem Buch, wieder den Methodenzwang und so weiter. Sie hatten Erfolg, denn man gebrauchte sie auf eine Weise, die den Neuankömmlingen nunmehr verwehrt ist. Hier macht er wieder eine Fußnote. Wissenschaftler, die neue und ungewöhnliche Ideen vorstellen, verbergen gewöhnlich ihre Fehler und geben so eine sehr irreführende Darstellung der Entdeckungen, die aus ihrem Gebrauch hervorgehen. Beispiele sind Galilei und Newton. Evidenz, Übereinstimmung mit den Tatsachen, Kohärenz sind schließlich Dinge, die die Forschung produziert. Also kann man sie nicht zu Voraussetzungen der Forschung machen. Also es ist eher das Resultat als damit, wo Wissenschaft beginnt. Also wenn praktisch die Wissenschaft alt wird, dann fängt man an, sie zu systematisieren und dann stellt man so komische dogmatische Forderungen auf. Nicht an ihrem chaotischen Anfangsstadium neuer Forschungsparadigmen oder neuer Forschungsprogramme. Da wird meistens irrational agiert. Und deswegen sind bestimmte Formen von Rationalität forschungsfeindlich, sozusagen wissenschaftsfeindlich. Man sollte nicht zu rational werden in den Wissenschaften. Zumindest mit einem ganz bestimmten Rationalitätsbegriff sollte man sehr vorsichtig sein. Außerdem kommt es oft vor, dass dieselbe Forschung die Evidenz für eine fragwürdige Idee produziert und ihre Schwierigkeiten beseitigt, zugleich jene Ansichten ihrer Evidenz beraubt und mit Schwierigkeiten überhäuft, die angeblich die Unbrauchbarkeit der Idee beweisen. Zum Beispiel unterstützt er einmal die Evidenz für die lineare Fortpflanzung des Lichts, sofortiges Verschwinden der von der dunklen Seite des Mondes bedeckten Sterne, wohl definierte Schatten, die Idee, dass das Licht aus seitlich voneinander unabhängig Strahlen besteht und befand sich im Widerspruch zur Idee, dass es aus Wellen besteht. Wellen, so lautete das Argument, haben die Tendenz sich auszubreiten, während die Evidenz doch zeigt, dass Lichtbündel zusammenbleiben. Für Newton bedeutete das das Ende der Wellentheorie. Aber eine entschiedene Anwendung der Wellentheorie führte zum Ergebnis, dass sie die fatale Evidenz in gewissem Ausmaß reproduzieren konnte. Es findet eine kleine Abweichung in den Schatten hinein statt. Newton hatte dieses Phänomen bemerkt, er nannte es die Inflexion des Lichtes. Es war ihm ein Zeichen dafür, dass materielle Gegenstände der Sitz von Kräften mit kurzer Reichweite sind. Die Wellentheorie führte, nach Newton, zum gleichen Ergebnis und zwar ohne jeden Hinweis auf Kräfte. Aber wenn es keine Kräfte gibt, dann zeigt die Inflexion, dass die Lichtstrahlen nicht immer gerade sind und widerlegt so die grundlegende Annahme der Strahlentheorie. Ein zweites Beispiel. Die Idee, dass die Atomgewichte vielfache des Atomgewichts des Wasserstoffes sind, stand im Widerspruch zu zahlreichen Experimentalergebnissen, bis ihre Anwendung auf diese Ergebnisse sie als Mischungen entlarvte und so die Unterstützung für eine Kontinuitätstheorie von Atomgewichten in bedeutendem Ausmaß verringerte. Verwirft man eine Hypothese, weil sie einer hochkonfirmierten Theorie widerspricht, dann zeugt man also das Pferd beim Schwanz auf. Der Konflikt zeigt, dass die Hypothese zum Zeitpunkt des Vergleiches einer detaillierten und empirisch gut unterstützten Auffassung widerspricht. Er zeigt nicht, dass die Auffassung nicht von der Hypothese verdrängt werden kann. Und es ist auch nicht möglich, Ideen darum zu verwerfen, weil sie bereits einmal geprüft wurden und die Prüfung nicht bestanden, denn die Wissenschaft heute ist nicht dieselbe Wissenschaft, die sie einst prüfte. Also sozusagen, nur weil man einmal das gezeigt hat, dass was falsch ist, heißt das nicht, dass in Zukunft unter anderen Voraussetzungen auch noch falsch sein wird. Ja, so wird die Wissenschaft wunderbar schwankend, was sie nie sein wollte. Also bei Platon nicht, bei Descartes nicht und bei allen nahezu heutigen Wissenschaftlern. Es gibt eine Riesenpräferenz für Sicherheit in der Wissenschaft, die aber der Wissenschaftspraxis, den Realitäten der Wissenschaft, also sehr, sehr stark widerspricht. Also man könnte sagen, die Wissenschaft frisst ihre eigenen Voraussetzungen, ihre eigenen Motive, ihre eigenen Kinder. Auch der Blumenberg beschreibt das wunderbar, dass man am Ende von Forschung oft nicht mehr weiß, warum man ursprünglich zu forschen angefangen hat, beziehungsweise die Motive, aus denen man ursprünglich mal angefangen hat zu forschen, geneigt ist, infrage zu stellen. Die modernen Wissenschaften sind voll von Bestandteilen, die in der Vergangenheit oft als unwissenschaftlich verworfen wurden, und zwar mit ziemlich guten Argumenten. Ein Beispiel ist die Philosophie des Atomismus. Also der Feierabend ist hier historisch sehr gerecht, weil er nicht das macht, was wir heute häufig machen, wenn sich eine Theorie durchgesetzt hat. Dann wird halt die Geschichte auch von den Siegern geschrieben und da wird nicht mehr die Geschichte miterzählt, dass ursprünglich mal die Gegner der Theorie wirklich sehr, sehr gute Argumente hatten. Natürlich vor dem Hintergrund bestimmter Annahmen, Voraussetzungen, Hintergründe und so weiter. Aber sozusagen, das wird dann meistens nicht mehr miterzählt, obwohl das damals... Also so erscheinen dann vergangene Generationen einfach nur noch als irrational, weil man sozusagen den vergangenen Debattenstand einfach verdrängt, zugunsten der Geschichte der sich gerade durchgesetzt habenden Theorie. Und das macht der Feierabend hier nicht. Ein Beispiel ist die Philosophie des Atomismus. Sie wurde im Westen in der Antike eingeführt, um Phänomene zu retten, wie das Phänomen der Bewegung. Der Atomismus wurde von der dynamisch besser ausgebildeten Philosophie des Aristoteles überholt, kehrte mit der wissenschaftlichen Revolution des 16. und 17. Jahrhunderts zurück und wurde dann wieder von den Kontinuitätstheorien eingeschränkt, spielte im 19. Jahrhundert eine große und sehr umstrittene Rolle. Auf dem europäischen Kontinent erhielten sich viele Wissenschaftler in ihren Äußerungen zum Atomismus sehr zurück und ist nunmehr durch die Komplementaritätsauffassung wieder teilweise eingeschränkt. Ein anderes Beispiel ist die Idee der Bewegung der Erde. Sie entstand im Altertum, wurde dann von den mächtigen Argumenten der Aristoteliker geschlagen, galt für Ptolemius, den größten Wissenschaftler seiner Zeit, als eine unglaublich lächerliche Auffassung und kehrte doch im 17. Jahrhundert mit Triumph zurück. Was für Theorien gilt, gilt auch für Methoden. Die Erkenntnis, im Unterschied zu angesammelten Kenntnissen, entstand aus Spekulation bei Anaximander, verbunden mit rein logischen Überlegungen, Parminides, vielleicht auch schon Xenophanes. Dann führte Aristoteles empirische Methoden ein. Diese wurden durch die mathematischen Methoden des Galileo und Descartes und einen ganz anderen Empirismus ersetzt. Bei Aristoteles weiß man, was die Erfahrung ist, nicht aber bei den Nachfolgern Galileis. Der Streit zwischen Modellbauern und den Konstrukteuren rein mathematischer Gesetze spielte im 19. Jahrhundert eine große Rolle, bis im 20. Jahrhundert an verschiedenen Fronten, aber mit beträchtlich vermehrtem mathematischem Apparat, eine Wiederbelebung aristotelischer Gedankengänge versucht wurde. Fußnote, aristotelische Gedankengänge werden von Physikern nicht mehr mit der Verachtung behandelt, die ihnen gelegentlich noch immer bei Wissenschaftstheoretikern zuteil werden. Bohm, Prigogin und andere haben viele freundliche Worte für diesen großartigen Denker. Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist H. H. Primus, Chemistry, Quantum Mechanics and Reductionism, Berlin 1980. Ich vergleiche auch mein Vorwort zu diesem Band. Die Lektion aus dieser historischen Skizze ist klar. Vorübergehende Fehlleistungen einer Theorie, einem Standpunkt, einer Ideologie können nicht als dauernde Gründe für ihre Beseitigung gelten. Eine Wissenschaft, der daran liegt, die Zahl wichtiger Entdeckungen zu vermehren, muss alle Ideen der Menschheit zum möglichen Gebrauch bereithalten, also spricht stark für ein wissenschaftshistorisches Bewusstsein, nichts zu vergessen, was es mal gab. Und man legt es einfach zu sich ins Regal und wird halt sehr museal. Vielleicht ist es ja nochmal für was gut, ist es sozusagen die Messie-Theorie der Wissenschaft, weil man nichts wegwirft. Die Zahl wichtiger Entdeckungen zu vermehren, muss alle Ideen der Menschheit zum möglichen Gebrauch bereithalten oder, um es anders auszudrücken, die Ideengeschichte und die Mythen, Legendenliteratur etc. Geschichte sind wesentliche Teile der wissenschaftlichen Forschung, schreibt Feierabend hier. Fünftens. Umgekehrt ist eine Debatte, die Ideen beseitigt, weil sie populären wissenschaftlichen Ansichten, Prinzipien, Theorien, Tatsachen widersprechen, nicht eine wissenschaftliche Debatte. Sie kann nicht die Autorität der Wissenschaften für sich in Anspruch nehmen und ein Sieg, der in ihrem Verlauf gewonnen wird, ist nicht ein Sieg für die Wissenschaften, sondern für jene Menschen, und das können berühmte Wissenschaftler, sogar Nobelpreisträger sein, die sich entschlossen haben, ein vorübergehendes Stadium in eine dauernde Grundlage wissenschaftlicher Entscheidungen zu verwandeln oder anders ausgedrückt, es handelt sich nicht um einen Sieg für jene, die sich entschlossen haben, die Wissenschaften in politische Parteien mit festen Prinzipien zu verwandeln. Wie es scheint, hat Platon als erster ein solches Verfahren kritisiert. Vergleiche seine Einwände gegen Antilogike in Staat 435e und in Theaetitos 164c. Das widerspricht zum Beispiel Sien-Rorty, weil Rorty möchte tatsächlich bestimmte Paradigmen ein für alle Mal abschaffen, zum Beispiel metaphysische Paradigmen zugunsten von pragmatistischen Paradigmen, also in dem Sinne ergreift Rorty innerhalb der Wissenschaft pragmatistische Partei, und er macht das halt ganz offen, ohne auf die Wahrheit oder die Wirklichkeit Bezug zu nehmen, er nimmt da einfach ein anderes Paradigma. Wenn ich den Feierabend hier richtig verstehe, macht der Feierabend das hier nicht, er möchte, dass wir tatsächlich nichts vergessen und nichts verdrängen, weil er will die Wissenschaft nicht zu einer politischen Angelegenheit machen, im Sinne von Parteipolitik. Der Sieg der Evolution, die Ersetzung der Kirchenautorität durch die Autorität von Wissenschaftlern, Erziehern, Durchschnittsintellektuellen, die Vertreibung der Seele aus der Psychologie, die Eliminierung der Stammesmedizin aus der medizinischen Praxis des 19. Jahrhunderts in Amerika, waren alle politische Siege der eben beschriebenen Art. Die Gewohnheit, Entwicklungen zu einem solchen Sieg führen, im Lichte der Glaubensansichten der siegreichen Partei zu sehen, hat diesen Umstand oft verborgen. Die Geschichte ist immer die Geschichte der Sieger. Es schien dann, dass die Maßstäbe wissenschaftlicher Exzellenz und die die Sieger propagieren, schon immer in Kraft waren und dass die Verlierer von ihnen und nicht durch bessere Propaganda und bessere politische Schachzüge geschlagen wurden. Hervorragendes Beispiel der Illusion, die Auseinandersetzung zwischen der aristotelischen Physik und der neuen Wissenschaft des Galileo und seiner Nachfolger. Also, wenn ich das hier richtig verstehe, ist der Feierabend dafür, dass wir also tatsächlich alles bereithalten, was Menschen je an Praktiken erdacht haben. Für den Fall, wir könnten es nochmal brauchen. Und also wir nicht eine Geschichte der Sieger und der Verlierer schreiben, beziehungsweise wenn das unvermeidlich ist, dass die Sieger, momentan Sieger, die Geschichte schreiben, sollte es immer eine große Gegentradition geben, die sozusagen das Besiegte irgendwie aufbewahrt, falls es doch nochmal irgendwie sich in irgendeiner Hinsicht als brauchbar oder vielversprechend oder als ein neuartiges Forschungsprogramm, also neu dann relativ zum derzeitigen Stand, herausstellen könnte. Die zentrale These der beiden letzten Abschnitte war, also jetzt sechstens, die zentrale These der beiden letzten beiden Abschnitte war, dass eine wissenschaftliche Untersuchung von Ideen, Prozeduren, Standpunkten nicht darin besteht, dass man diese Dinge mit den Methoden, Tatsachen und Theorien der angemessenen wissenschaftlichen Disziplin vergleicht und sie verwirft, wenn sie nicht in diesen Rahmen passen. Ein solches Verfahren ist nicht nur außerordentlich naiv, es widerspricht auch dem, was wir von den wichtigen Episoden in der Geschichte der wissenschaftlichen Forschung wissen. Eine richtige wissenschaftliche Untersuchung und überhaupt eine richtige Untersuchung jeder Art besteht in dem Versuch, die Wissenschaft, die Disziplin, die im Verlauf der Untersuchung verwendet wird, so umzubauen, dass sie das zweifelhafte Material beherbergen kann und in der Bewertung der Schwierigkeiten, die den Versuch begleiten. Und hier muss man einen Sinn für Perspektive beibehalten. Große Hindernisse können überwunden werden, lange erfolglose Zeitrumme können durch brillante Erfolge abgelöst werden, die sich ihrerseits als illusorisch und als die der Vorläufer sogar noch größerer Fehlschläge herausstellen können. Selbst die hoffnungsloseste Idee kann sich am Ende in ein grundlegendes wissenschaftliches Prinzip verwandeln, selbst das grundlegende Prinzip kann sich als ein dummer Irrtum herausstellen. Und vergessen wir nicht, dass die Maßstäbe, aufgrund denen wir das alles beurteilen, genauso beweglich sind wie die beurteilten Leistungen. Für die Aristoteliker war eine Theorie der Bewegung nur dann befriedigend, wenn sie alle wichtigen Bewegungsformen umfasste, die Ortsbewegung und das Erröten, die Bewegung der Sterne, wie auch den Übergang vom Wissen von einem Lehrer auf einen Schüler, ein für Aristoteles gerne verwendetes Beispiel. Für die neue mechanische Bewegungslehre aber war das Maß des Erfolges die Leistung von einem sehr engen Gebiet, nämlich der Ortsbewegung einfacher, unbeliebter Gegenstände unter sehr vereinfachten Bedingungen. Jede Idee, die sich zu einer bestimmten Zeit außerhalb der Wissenschaften befindet, kann eine Reform in den Wissenschaften herbeiführen. Jede Idee innerhalb der Wissenschaften kann auf dem Misstaufen vorsintflutlicher Vorurteile händen. Also nichts gewiss weiß man nicht in der Wissenschaft. Siebtens. Andererseits ist es klar, dass die Wissenschaften weder die Zeit noch das Geld noch die Zahl von Forschern haben, die nötig wäre, um ihr Gebiet all den vielen Ideen, Traditionen und Einfällen auszusetzen, die in der Gesellschaft, die sie bezahlt, geglaubt und respektiert werden. Also das ist im Sinne der Wissenschaftsökonomie schwer vorstellbar. Das ist sehr nett vom Feierabend, dass er das einräumt, dass uns das als Wissenschaftler überfordert, wenn wir das fordern würden. Auch hat diese Gesellschaft nicht genug Geld, um alle diese Ideen und Traditionen auf wissenschaftliche Weise verfolgen zu können. Also müssen wir uns entscheiden. Aber wie machen wir das und vor allem wer entscheidet das? Man muss also eine Auswahl treffen. Vorschläge müssen eliminiert werden, ohne dass sie auf die angegebene Weise untersucht worden werden. Also obwohl sie sehr vielversprechend sich als sehr vielversprechend hätten rausstellen können, hätte man sie untersucht. Aber man ist eben ein Mensch, ein bedürftiges Wesen und hat also daher ökonomische Rahmenbedingungen, Grenzen. Man muss seine Zeit, Kraft, Aufmerksamkeit auf irgendwas konzentrieren und kann nicht alles gleichzeitig tun. Die Lage ist in den Wissenschaften und im Alltagsleben ist hier genau dieselbe. Wir wählen Berufe, Interessen, Partner, Länder. Wir treffen Entscheidungen, die uns und andere auf grundlegende Weise beeinflussen, aber ohne ein detailliertes Studium der Möglichkeiten, die uns und andere zur Verfügung stehen. Also unsere Wahl ist immer unvorstellig, immer ungerecht, ist nie fair, auch wenn wir uns das gerne vormachen und uns da gerne in die Tasche lügen. So auch in der Wissenschaft. Wir untersuchen einige dieser Möglichkeiten, andere verwerfen wir einfach ohne auch nur einen Blick in ihre Richtung und das mit gutem Recht, denn allen weisen Menschen aller Zeitalter ist es noch nicht gelungen, auch nur zu beginnen mit einem vollständigen Studium aller möglichen Lebensgeschichten. Die Analogie zwischen den Wissenschaften und dem Leben geht sogar noch weiter. Der Entschluss, wichtige Möglichkeiten zu übergehen, führt fast immer zu irreversiblen Änderungen. Ich habe mich entschlossen, in einem Land zu leben und nicht in einem anderen. Ich lerne die Sprache dieses Landes. Ich lerne seine Kunst kennen, seine Literatur, seine Bordelle. Ich erwerbe mir Freunde, heirate vielleicht sogar, nehme am politischen Leben des Landes teil und werde dann auch ein anderer Mensch, als es der Mensch war, der mit der Wahl begann. Ich habe gewählt und nun ist es mir nicht mehr möglich, zur Situation zurückzukehren, in der ich gewählt habe und alle Gründe und alle Argumente noch einmal durchzugehen, die mich damals beeinflusst haben. Also hier geht es um die Pfadabhängigkeit des Erkennens und des Wissens. Jede dieser Gründe, jedes dieser Argumente setzt ja voraus, dass ich gewisse Dinge vernachlässige und andere auf besondere Weise deute. Und jetzt, wo ich meine Wahl getroffen und irgemäß gelebt habe, vernachlässige und deute ich ganz anders als vorher. In ähnlicher Weise verändert der Entschluss, Geld, Energie, Erziehung, intellektuelle Anstrengung, Philosophie, einem bestimmten wissenschaftlichen Forschungsprogramm zu mitteln, die Wissenschaften und die Gesellschaft auf eine Weise, die es uns unmöglich macht, zum Anfang zurückzukehren und uns noch einmal, aber diesmal anders zu entschließen. Die nukleare Bedrohung, unter der wir heute leben, ist das Ergebnis eines solchen irreversiblen Entschlusses. Der Entschluss schuf eine neue Situation und nun müssen wir uns mit dieser befassen. Ein zweites Beispiel ist die sogenannte kopenikanische Revolution, deren Folgen viel dazu beigetragen haben, dass der Gottesglauben seines kosmologischen Gehalts beraubt und in ein ethisches Prinzip oder sogar in ein Gesellschaftsspiel verwandelt wurde. Als der speziellen Relativitätstheorie eingeführt wurde, sah sie für viele Physiker sehr merkwürdig aus und man war bereit, sie bei der geringsten Schwierigkeit fallen zu lassen. Später gelang es selbst sehr großen Schwierigkeiten nicht mehr, die Theorie zu vertreiben. Wir können sagen, dass die wissenschaftlichen Entscheidungen existenzielle Entscheidungen sind. Sie schaffen Möglichkeiten, statt sie aus einem vorgegebenen Reservoir von Alternativen auszuwählen und Ideengeschichte enthält nicht die Ideen der Geschichte sie ist. Jedes Stadium der Wissenschaften, jedes Stadium unseres Lebens wird von Entschlüssen geschaffen, die weder eine wissenschaftliche noch eine Lebensgrundlage haben. Also die Irrationalität der Wissenschaft ist irreduzibel. Wir werden sie nie beseitigen können, nie uns aus der Irrationalität unserer Wissenschaftlichkeit lösen können, egal wie sehr wir uns anstrengen und egal wie weit der Fortschritt oder sagen wir genauer die Veränderung der Wissenschaften voranschreitet. Nur wenige Menschen sind bereit, so große Leerräume in ihrem Leben zuzugeben und sie versuchen sie zu verdecken. Fast jede Autobiografie, geschrieben von einem großen Mann in Anführungszeichen oder einer außerordentlichen Frau in Anführungszeichen, fast jede Biografie ist ein Versuch, Zweck und Vernunft zu zeigen, wo genaueres Hinsehen eine Reihe günstiger Zufälle enthüllt. Das sieht man übrigens auch sehr schön bei Biografie von Selfmade Millionärs. Also ex post, wenn sie dann erfolgreich sind, schreiben sie irgendwelche komischen Erfolgsbücher oder Biografien, wo alles sehr, sehr schön logisch ausschaut und die ganzen Zufälle einfach ausgeixt sind, also hätten sie überhaupt keine Rolle gespielt in ihrer Geschichte. Also nochmal, eine Reihe günstiger Zufälle enthüllt, deren Wirkung durch die Ignoranz oder die Inkompetenz der wählenden Person auf höchst glückliche Weise unterstützt wurde. Das sagt übrigens auch der Rotty. Der Rotty sagt, wir können den Zufall für würdig befinden, unser Schicksal zu bestimmen. Das hält er für die pragmatistische Position im Unterschied zur metaphysischen Position. Es ist schon wahr, viele sogenannte Große sind Monomanen, denen es gelang, ihre Menschlichkeit und die Menschlichkeit ihrer Nachfolger zu zerstören, nur um das vollkommene Bild, die vollkommene Theorie, die vollkommen Zerstörungswaffe zu erzeugen, aber selbst ihr Leben kann nur dann in einen Plan gepresst werden, wenn man zahlreiche Irrtümer, Irrwege, Zufälle und irrelevante Umstände beseitigt und so die benötigte Einfachheit herstellt. Tatsache ist, dass wir unser Leben schaffen, indem wir unter Bedingungen handeln und auf Umstände einwirken, die uns ständig verändern und neu aufbauen und die halt häufig auch unverfügbar sind, die einfach gegeben sind. Diese Umstände. Wissenschaftler und wissenschaftlich eingestellte Individuen geben vielleicht zu, dass es in ihrem Leben viele Fragezeichen gibt, aber sie weigern sich, diese Sicht auf ihren Lieblingsspielplatz auszudehnen, eben auf die Wissenschaften. Selbst tolerante und liberal eingestellte Wissenschaftler haben das Gefühl, dass wissenschaftliche Sätze und Sätze, die nicht in den geheiligten Hallen der Wissenschaft entstanden sind, eine verschiedene Autorität haben. Es geht also wieder um Herrschaft. Die ersten können die zweiten beseitigen, nicht aber umgekehrt. Das können sie natürlich, wenn man ihnen die nötige Ruhe Gewalt gibt. Wissenschaftlich geht man dabei aber nicht vor und wenn man das doch glaubt, dann hat man eine sehr naive Vorstellung vom Funktionieren wissenschaftlicher Untersuchungen. Leider ist diese naive Vorstellung die Grundlage vieler methodologischer Systeme geworden. Neuntens. Solche Systeme gründen sich oft auf Prinzipien von großer Allgemeinheit. Wenn sie dabei Erfolg zu haben scheinen, dann nur darum, weil die verwendeten Prinzipien entweder liär sind, sie können jede Tätigkeit aufschmücken und scheinen also daher von jeder Tätigkeit bestätigt zu werden oder weil jedermann wichtige Alternativen vergessen hat. Die Bemerkung, dass die Wissenschaften selbst kritisch sind, gehört in die erste Kategorie. Jede Prozedur lässt sich mit Hilfe einer Kritik von Alternativen einführen. Zum Beispiel wurden dogmatische Auffassungen sehr oft aufgrund einer detaillierten und sehr gut ausgedachten Kritik liberaler Alternativen eingeführt. Fußnote. Die Bemerkung ist entweder leer oder falsch. Dass sie falsch ist, wird mit einem guten Beispiel gezeigt von Broad und Wade in Betrayers of the Truth. Das Prinzip, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse vermehren und vermehren sollen und das verwandte Verbot von Ad-Hoc-Hypothesen gehört in die zweite Kategorie. Beide versagen in einer Welt, die sowohl quantitativ als auch qualitativ endlich ist. Wieder eine Fußnote. Die qualitative und quantitative Unendlichkeit der Welt war eine weitreichende Hypothese, die durch die Entdeckung der Renaissance neuen Auftrieb erhielt. Die Entdeckung Amerikas zeigte vielen Denkern, dass es auch viele Amerikas der Erkenntnis geben müsste. Die Anweisung gegen Ad-Hoc-Hypothesen verwandelt diese interessante, aber sehr fragwürdige Hypothese in eine methodologische Trivialität. Fast alle methodologischen Regeln sind von dieser Art. Sie verstecken dogmatische Ansichten hinter scheinbar sehr einleuchtenden, rein formalen Forderungen. Außerdem sind Ad-Hoc-Hypothesen oft der richtige Schritt. So nahmen zum Beispiel einige Forscher in der Frühgeschichte der Elektrizität an, dass, Zitat, Haare, Blätter, Zweige und andere kleine Dinge, die von Bernstein angezogen werden, ein gemeinsames verborgenes Prinzip enthalten. Gilbert, der verborgene Qualitäten des aristotelischen Analogern und von Ad-Hoc-Hypothesen verachtete, hielt die Idee für zu dumm, um sie zu widerlegen. Und doch begann das Wachstum der Elektrizitätslehre mit der ersten Annahme, nicht mit der zweiten. Der Hinweis auf ein Ding, genannt Logik, scheint noch immer viele Menschen zu beeindrucken, aber nur darum, weil sie nicht zu viel von diesem Gegenstand wissen. Zunächst einmal gibt es keine Logik im Sinne einer einzigen und eindeutigen Doktrin. Es gibt verschiedene logische Systeme. Einige sind bekannt, andere fast unbekannt. Die klassische Physik gehorchte den Prinzipien der bekannten logischen Systeme. Bei der Quantentheorie ist das nicht mehr der Fall. Wichtiger ist, dass die Gesetze der Logik nur so lange gelten, als die Begriffe stabil gehalten werden. Aber diese Bedingungen sind in interessanten wissenschaftlichen Argumenten nur selten erfüllt. Darum gelingt es ja den Wissenschaftlern auch, mit logisch sehr fehlerhaften Theorien ausgezeichnete Physik zu machen. Ein dritter Versuch, den Leib der Wissenschaften theoretisch und nicht einfach politisch zu verhärten, ist die Konstruktion wissenschaftlicher Theorien, die nicht nur vorgeben, viele Tatsachen zu behandeln, sondern die diese Tatsachen auch so nehmen, wie sie sich darbieten. Die klassische Mechanik, so wie sie von vielen Wissenschaftlern des 19. Jahrhunderts interpretiert wurde, gab vor, eine wahre Beschreibung der Welt zu sein. Wachstum, Neugier, Bewusstsein waren aber Dinge, die sie scheinbar nicht behandeln konnte. Das wurde zu einer Kritik dieser Phänomene umgedeutet, nicht aber als eine Kritik der Mechanik aufgefasst. Also, wenn du nicht in mich hineinpasst, dann bist zweifelsfrei du als Gegenstand falsch. Die Phänomene waren Erscheinungen, sie waren nicht wirklich. Bohm, Prigogin, Tom und andere strebten nach Allgemeinheit, aber ohne Leugnung der Wirklichkeit dieser Phänomene. Das hat den Abgrund zwischen Physik und Astronomie und den übrigen Wissenschaften, etwa der Chemie, vermindert und zur Hoffnung geführt, dass eine umfassendere Theorie eines schönen Tages alle Phänomene werde erklären können. Die Phänomene der Kunst und der Humaniora eingeschlossen. Aber unser Problem wurde dadurch nicht beseitigt. Eine Theorie wie die von Prigogin, ich weiß nicht, ob ich das hier richtig lese, Prigogin, ich lese den jetzt einfach so, wie es mir plausibel erscheint, ist ebenso der Beseitigung durch entgegengesetzte Ansichten ausgesetzt, wie jede andere Theorie. Wie würde eine solche entgegengesetzte Ansicht aussehen? Prigogins Theorie ist immanentistisch in dem Sinne, dass Bewegung nicht von außen einem Gegenstand auferlegt wird, sondern aus ihm selbst hervorgeht. Vergleiche Aristoteles, jeder Naturgegenstand hat in sich selbst eine Quelle der Bewegung und der Ruhe. Eine Alternative ist alles, was wir brauchen, um die Argumente von Abschnitt 4 zu beginnen. Die Idee, dass es bewegende, aber selbst nicht bewegende Prinzipien ist eine solche Alternative. Weder die Logik noch die Philosophie noch auch die Wissenschaft kann also die Lücken schließen, von denen weiter oben die Rede war. Gibt es eine Möglichkeit, die wesentlich willkürliche und subjektive Natur in Anführungszeichen subjektive, subjektive Natur der Forschung zu akzeptieren und doch eine gewisse Ordnung in den Forschungsprozess selbst zu bringen? Das ist meines Erachtens ein sehr ähnliches Problem, wie der Rorty sie beschreibt. Also die scheinen sich am ähnlichen Problem abzuarbeiten, die beiden, Richard Rorty und Paul Feyerabend. Ich glaube, es gibt einen solchen Weg. Also man erkennt die Willkür und die Subjektivität und den Dezisionismus der Wissenschaften an und kann trotzdem eine gewisse Ordnung schaffen. Aber um diesen Weg zu beschreiben, schreibt ihr zwei Abend, müssen wir alle Dogmatismen und alle oberflächlichen Rationalisierungen verwerfen. Die subjektiven und willkürlichen Züge unseres Denkens müssen zur Gänze enthüllt werden. Und dann läuft das Argument wie folgt. Das erste Stadium. Man braucht ein Pferderennen. Jeder Wettende besitzt eine gewisse Information. Er verwendet diese Information zusammen mit allerlei Vermutungen und gewinnt so vielleicht ein besonderes Rennen. Er kann aber auch verlieren. Es gibt kein System, das Gewinn bei einem bestimmten Rennen garantiert. Eine Wette gegen alle vernünftige Annahmen kann auch immer gewinnen. Die Organisation des Pferderennens reflektiert diese Lage. Der Wettende selbst und nicht der Staat bringt das Geld für eine bestimmte Wette. Es kann ihm gelungen, andere Menschen zu überreden und auch sie geben ihm dann Geld. Es gibt aber keine Gesetze, die automatisch einen Teil des Einkommens jedes Menschen für Wetten abzweigen. Ein Grund dafür ist natürlich der, dass Pferderennen nicht als national wichtig gelten. Andererseits besteht die Erneigung, national wichtige Unternehmen von unseren unsicheren Aussagen demokratisch und nicht aufgrund der Aussagen der zuständigen Experten allein zu entscheiden. Also da wir ja nicht wissen, wer das Rennen machen wird, können wir jetzt nicht verlangen, dass jeder von uns steuerlich irgendwie dieses Pferderennen und auch eben nicht das wissenschaftliche Pferderennen finanziert. Ein ziemlich heftiges Argument. Das zweite Stadium. Die Wissenschaften unterscheiden sich in verschiedener Hinsicht von einem Pferderennen. Zum Beispiel ist die Wettsituation in den Wissenschaften nicht wie bei einem Pferderennen standardisiert. Denn jedes Stadium der Wissenschaften führt neue Tatsachen, neue Regeln, neue Randbedingungen ein. Die intellektuellen Situationen wiederholen sich nicht genau. Ernst-Macher-Erkenntnis und Irrtum, Seite 200. Es ist daher ganz unmöglich, ein Wettenden mit relativen Häufigkeiten mögliche Resultate in standardisierten Wiederholungen zu versehen und so Wetten wenigstens teilweise zu unterstützen. Ein zweiter Unterschied ist noch viel wichtiger. In einem Pferderennen müssen alle Pferde, auf die man wetten kann, das Rennen beenden. In den Wissenschaften werden nur die populären Pferde gut genug gefüttert, um im Rennen bleiben zu können. Am Ende wissen wir von ihren Erfolgen, aber wir wissen nicht, ob die Erfolge der übrigen Pferde nicht viel größer gewesen wären. Wir wissen, wohin uns die wissenschaftliche Medizin gebracht hat, aber wir wissen nicht, ob uns die Medizin des Nih-Xing mit ähnlichen Mitteln ausgestattet nicht viel weitergebracht hätte. Also wieder die Ökonomie kommt ins Spiel und unsere begrenzten Ressourcen. Wir wissen einfach nicht, was passiert wäre, wenn wir uns unsere Ressourcen umgeschichtet hätten. Schließlich affiziert das Ergebnis eines Pferderennens nur den Wettenden und seine Verwandten, während die Wahl eines Forschungsprogramms in den Wissenschaften oder in der Medizin einen großen Teil des Lebens aller in irrevisibler Weise beeinflusst. Wenn wir ein Forschungsprogramm wählen, dann wählen wir damit oft auch eine gewisse Lebensform und zwar ohne zu wissen, wie diese Lebensform in einigen Jahrzehnten aussehen wird. Man erinnere sich wieder an die Atomforschung und die Atombombe. Ergebnis. Die Wahl eines wissenschaftlichen Forschungsprogramms ist eine Wette, die man nicht überprüfen kann. Denn die Wettsituation wird nie in ganz genau der gleichen Weise wiederholt und es gibt nie genügend Geld, Zeit, Arbeitskräfte, um alle bestehenden Alternativen zu untersuchen. Die Wette wird von den Bürgern bezahlt, sie beeinflusst ihr Leben und das Leben künftiger Generationen auf irreversible Weise. Könnten wir nun sicher sein, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die aufgrund ihres Trainings fähig ist, jene Alternativen zu wählen, die uns allen großen Nutzen bringen, dann würden wir vielleicht geneigt sein, diese Gruppe zu bezahlen und ihr für lange Zeit freie Hand zu lassen. Es gibt aber keine solche Sicherheit und zwar nicht darum, weil die Menschen zu dumm sind, obwohl es viele Wissenschaftler an Dummheit nicht gerade fehlt, sondern weil der gescheiteste Mensch in der beschriebenen Situation keine sichere Antwort zur Verfügung hat. Also wir können das einfach nicht wissen. Wir schließen also, dass die Auswahl von Forschungsprogrammen in einer Demokratie eine Aufgabe ist, an der alle Bürger in gleichem Maße teilnehmen müssen. Es handelt sich hier einfach um die Ausdehnung einer Methode, die bei geschworenen Verhandlungen schon lange üblich ist. Die Demokratisierung der Wissenschaften und anderer Wissensformen entfernt nicht die Lücken, von denen in Abschnitt § 6 die folgende die Rede war. Angesichts der Lücken ist sie aber die vernünftigste Handlungsweise. Gibt es eine Wahl, aber keine Möglichkeiten den Erfolg zu garantieren, dann sollte die Wahl jenen überlassen werden, die für die gewählten Verfahren zahlen und unter ihren Folgen leiden. Überlässt man unter solchen Umständen die Wissenschaften den Wissenschaftlern, dann gibt man die Verantwortung auf für eine der mächtigsten und wenn man nicht aufpasst tödlichsten Institutionen in unserer Mitte, tödlich für Leiber und für Seelen. Also, anders als das heute viel wollen, die Politik der Wissenschaftsunterstellten sollten wir, mein Feierabend ernsthaft, die Wissenschaft der Politik unterstellen. Wir haben in einer Demokratie das Recht, auch die Mittelverwendung der Wissenschaften zu beeinflussen und nicht die Freiheit der Forschung so weit zu treiben, dass dann ein paar verrückte Genies oder Nicht-Genies irgendwelche Dinge hervorbringen, die wir dann gar nicht so gut finden, dass die hervorgebracht wurden und die, wenn sie einmal da sind, nicht mehr reversibel sind. Andererseits könnten wir auch mit demokratischer Kontrolle zum Beispiel den Einsatz bestimmter Techniken auch einfach verbieten, die auf Wissenschaft zurückgehen. Wenn wir halt in einer Demokratie leben, können wir das. Da können wir sagen, nein, das wollen wir nicht. Elftens. Ich behandle jetzt kurz einige Einwände, die oft an dieser Stelle erhoben werden. Einwand Nummer 1. Der Fall Lysenko. Antwort. Dieser Fall zeigt, was sich in einem totalitären Staat ereignet. Er ist kein Argument gegen eine demokratische Überwachung der Wissenschaften. Außerdem hätten sich nur wenige Wissenschaftler aufgeregt, wäre Lysenko ein braver Genetiker gewesen. Einwand Nummer 2. Das allgemeine Publikum weiß, zu wenig von den Wissenschaftlern, um an der Wahl von Forschungsprogrammen beteiligen zu können. Antwort. Dasselbe gilt auch für die Wissenschaftler. Die meisten Wissenschaftler versuchen unpopuläre Ansichten durch kindische Argumente wie das zu Beginn von Abschnitt 5 beschriebene Argument zu beseitigen. Aber die Forschung, die uns die wichtigen Ansichten der modernen Wissenschaften beschert, ist von ganz anderer Art. Die meisten Physiker des 19. Jahrhunderts waren Laien in der Diskussion des Raumes und der realen Außenwelt, während viele Mediziner Laien sind in der Diskussion des Materialismus, der viele ihrer Handlungen leitet. Aber gerade die laienhaften Wiederholungen, kaum verstandener Prinzipien oder Verfahrensweisen, die auf ihnen beruhen, ist der Kern des Angriffs des Fachmanns auf Alternativen. Man erinnere sich nur, wie oft eingefleischte Empiristen unter den Wissenschaftlern allgemeinere Ideen mit Hinblick auf Tatsachen ablehnen, ohne sagen zu können, was Tatsachen sind und warum man ihnen eine so fundamentale Rolle zuschreiben sollte. Grundlegende Auseinandersetzungen zwischen Traditionen sind Streitigkeiten zwischen Laien und ihr Ausgang ist daher keinem höheren Urteil unterworfen als wiederum dem Urteil von Laien. Außerdem sind viele Wissenschaftler engständige Ego-Manen interessiert an einer Verbesserung ihrer Reputation bei den Kollegen total uninteressiert in der Wohlfahrt von Menschen, die sie nicht kennen und in deren Gesellschaft sie sich sicher nicht wohlfühlen würden. Also kurz gesagt, viele Wissenschaftler sind Aristokraten und wollen nicht unser Bestes. Und außerdem haben sie keine Ahnung, also sie sind nicht objektiv, auch wenn sie das oft selber glauben. Einwand Nummer 3. Der beste Weg, die Wissenschaften mehr an den demokratischen Prozess anzugleichen, besteht darin, dass man die Wissenschaftler erzieht, das heißt, man macht sie mit den humanen Wissenschaften und den Künsten bekannt. Antwort. Ein sehr unrealistischer Vorschlag. Wer bringt wohl die Wissenschaftler aus ihren Laboratorien und Bibliotheken in die Theater, Kunstgalerien und Philosophievorlesungen? Außerdem ist die Motivation nicht demokratisch. Das wäre übrigens tendenziell auch Rortys Argument, aber das ist dem Feierabend nicht demokratisch genug. Außerdem ist die Motivation nicht demokratisch, sondern wieder akademisch, also geistesaristokratisch. Man will einfach eine Wand ziehen zwischen den Bürgern und seinen ach so verfeinerten Vorbildern. Seien es nun Künstler oder Wissenschaftler oder gemeine Philosophen. Aber wenn die Wissenschaften der Beaufsichtung bedürfen, dann gilt das gleiche auch für die Humaniora, also die Menschenwissenschaften und die Künste und alle Kombinationen zwischen diesen Dingen. Einwand Nummer 4. Das Simile von Pferderennen ist eine Karikatur der wirklichen Situationen in den Wissenschaften. In den Wissenschaften haben wir Tatsachen und Gesetze, die gültig bleiben, ganz gleich, was nun anderswo geschieht, innerhalb der Fehlergrenzen. Diese Tatsachen stellen eine Verbindung her zwischen verschiedenen Forschungsprogrammen. Forschungsprogramme sind akzeptabel nur dann, wenn sie zu diesen Tatsachen und diesen Gesetzen führen. Und sie ermöglichen es dem Wissenschaftler, Vorhersagen zu machen über die Struktur eines erfolgreichen Forschungsprogramms. Antwort. Er kann bemerken, dass er eine krude Konjunktur, die einem sehr erfolgreichen Forschungsprogramm widerspricht, den vom Programm gelösten Problemen nicht gerecht wird. Er kann nicht vorhersagen, was geschieht, wenn die Konjunktur im Detail entwickelt wird. Die Entwicklung kann ja zu einer Reform sehr grundlegender Tatsachen führen und die neuen Tatsachen, die aus der Reform hervorgehen, entsprechen vielleicht auch den neuen Randbedingungen, die mit dem Ausbau der Konjunktur verbunden sind. Zum Beispiel widerlegte die Beobachtung, dass ein im Brennpunkt einer Linse situierter Gegenstand einem Beachter nicht unendlich weit entfernt zu sein scheint, das Prinzip, das sowohl bei Kepler als auch bei Descartes eine wichtige Rolle spielt, da sein Lichtpunkt durch eine Linse betrachtet an jenem Ort gesehen wird, an dem sich die Linse, die die Linse verlassenen Strahlen nach rückwärts verlängert schneiden. Das Prinzip wurde aber beibehalten, es wurde die Grundlage einer neuen Disziplin der geometrischen Optik, der es nicht mehr auf eine genaue Übereinstimmung mit allen Tatsachen des Sehens ankam. Die älteren Theorien der Optik hatten gerade eine solche Übereinstimmung gefordert. Was geschieht mit den kritischen Beobachtungen? Man nannte sie subjektive und eliminierte sie. Ähnliche und sogar noch radikalere Änderungen geschahen im Bereich der Psychologie. Der Malius Maleficarum, einer der Grundtexte der Hexenkunde, enthält eine Phänomenologie, eine Äthiologie und Regeln für die rechtliche Behandlung einer Vielzahl von Verhaltensstörungen, wie man die Sache heute nennen würde. Alle diese Gegenstände und die vielen Tatsachen, die sich in der Phänomenologie finden, verschwanden im 17. Jahrhundert und warum? Weil die Theorie des dämonischen Ursprungs von Geisteskrankheiten unter Wissenschaftlern an Popularität verloren hatte. Ich sage sie verloren Popularität, denn es gab nie eine klare Widerlegung. Und weil Gegenstände und Tatsachen, die mit verdächtigen Ansichten verbunden sind, oft auch verdächtigt werden und oft auch verdächtigt werden. Hier gibt es eine lange Fußnote zur Romanen Psychologie, aber die sprechen. Was verdächtigt werden wird, kann man aber nicht voraussehen. Und warum? Weil unsere Ansichten davon, was respektabel ist und was nicht, sich oft auf entscheidende und unvorhersehbare Weise ändern. Zwölftens, die Antwort auf die Frage B aus Abschnitt 1 ist nun offenkundig. Es hängt vom Standpunkt der Person ab, die das Urteil fällt. Ein praktisch eingestellter Mensch, der Kenntnisse und Macht über das materielle Universum gewinnen will, der überzeugt ist, dass ihm die Wissenschaften diese Macht geben werden und der immaterielle Einfluss von Beziehungen für reine Träume hält, wird die Wissenschaften sehr verehren. Für einen spirituell eingestellten Menschen, aber dem es auf die Wohlfahrt der Seelen ankommt und der der Natur gegenüber tritt wie einem Freund, den man gerne kennt, aber ohne die Suche nach Kenntnissen zu weit zu treiben, sind die Wissenschaften nicht nur nutzlos, sondern auch impertinent und gefährlich. Je besser sie sind, desto schlechter sind sie. Ein solcher Mensch mag zugeben, dass wir in einem wissenschaftlichen Zeitalter leben und also nicht ohne einen gewissen Ausmaß an wissenschaftlichen Kenntnissen auskommen können, aber dieses Zugeständnis wird ihn kaum mit den Wissenschaften versöhnen. Genauso wenig wie die Notwendigkeit, Heuschrecken in einem von Heuschrecken überfallenen Land zu studieren, die Einwohner dieses Landes mit den Heuschrecken versöhnen wird. In einer Demokratie liegt es an den Wählern, wenn man ein solches Verständnis von Demokratie hat, dass es sie in Wahlen bestünde, liegt es an den Wählern, welche Macht gewissen Standpunkten gegeben werden soll. Und dasselbe gilt für die Rolle der Wissenschaften in der Erziehung. Nehmen wir nun an, wir schätzen Wissen und Macht über die Natur, ist dann die Wissenschaft anderen Standpunkten überlegen? Die Antwort auf diese Frage ist, wir wissen es nicht. Wir wissen, was die Wissenschaften erreicht haben und wir kennen unsere gegenwärtige Situation. Wir haben aber keine Ahnung, was ein anderes Vorgehen erreicht hätte und wie wir seine Resultate beurteilt hätten, wären sie in unserer Mitte entstanden. Wir können die Frage sogar noch auf viel konkretere Weise stellen. Nehmen wir an, dass die wissenschaftlichen Methoden der Diagnose, Behandlung und Vermeidung von Krankheiten zur Gänze durch Methoden ganz anderer Art ersetzt werden, etwa von den Methoden des medizinischen Systems, das mit der Akupunktur verbunden wird. Würde dann die allgemeine Qualität des Lebens, so wie sie von den Kranken beurteilt wird, besser werden oder würde sie sich verschlechtern? Wir wissen es nicht. Die Lage ist sogar noch schlimmer. Es gibt nicht einmal wissenschaftliche Evidenz für oder gegen eine solche Antwort auf diese Frage. Wir haben isolierte Daten über Erfolge und Misserfolge in beiden Gebieten, aber wir haben keine Ahnung, wie das Gesamtbild aussieht. Es ist sehr wohl möglich, dass die wissenschaftliche Medizin eine gefährliche und teure soziale Krankheit ist, die dem Menschen gelegentlich ein Gefühl des Wohlbehagens gibt, deren Beseitigung aber ihr Leben sehr verbessern würde. Das ist natürlich keine neue Einsicht. Jedes Stadium der Wissenschaften kann doch eine anfängliche, sehr absurde Konjunktur als eine Illusion erwiesen werden. Und das Ergebnis ist dasselbe wie vorher. In einer Demokratie liegt die letzte Entscheidung über den zu wählenden Forschungsweg und die zu lehrenden Resultate bei den Bürgern und nicht bei den Fachleuten. Ich fasse zusammen. Man kann die Wissenschaften als eine Erkenntnispolizei verwenden, die unwissenschaftliche Ansichten beseitigt, ohne von ihnen berührt zu werden. In diesem Fall sind sie politische Parteien oder Kirchen, den anderen Parteien oder Kirchen ebenbürtig. Oder man kann sie als Instrumente der Forschung verwenden. In diesem Falle liegt die Entscheidung über ihre alternative Kraft bei den Bürgern der Gesellschaft, die sie bezahlt. Eine Trennung von Staat und Wissenschaft und eine demokratische Überwachung der Forschung braucht man in beiden Fällen. Also kurz gesagt, wir kommen aus einer Politisierung der Wissenschaft nicht raus, wir können sie nur unterschiedlich spielen, also wir können einfach die Wissenschaft zu Schlachtprogrammen machen oder wir können uns halt einvernehmlich oder möglichst einvernehmlich demokratisch entscheiden, was wir erforschen wollen. Wir können es einer kleinen Elite überlassen, was erforscht wird oder wir können es alle gemeinsam entscheiden, indem wir eben die Mittel, die für die Forschung benötigt ist, gemeinsam verwalten und auch gemeinsame Entscheidungen über ihren Einsatz und ihre Verwendung machen. So viel zur Demokratisierung der Wissenschaft. Ceterum censio, Demokratia am Ssortiendam und eben nicht zu wählen. Ja, also Wahl ist einfach nicht ganz so schlau wie Losverfahren und Bürgerräte. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben und auch wenn euch das absurd vorkommt, was der Feierabend hier beschreibt, so ist es dennoch interessant. So ist es doch gut erfunden.